So, herzlich willkommen zu euren neuen Vlog. Wir sind unterwegs nach Hamburg. Haben jetzt schon, keine Ahnung, 300 oder irgendwas Kilometer runtergerappelt. Haben noch 220 vor uns. 12.16 Uhr, Ankunftszeit. Und dann schauen wir mal, wie das Hotel so ist. Das war eigentlich eine spontane Entscheidung mit dem Hotel und überhaupt, das hast du nicht gesehen. Und dann melde ich mich dann einfach später nochmal. Bis dann, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir fahren jetzt in das Achterbahn-Restaurant, woher wird sich noch umgezogen, also ich zumindestens. Die Tür passt hier alles nicht so ganz. Ich mach mal kurz Verschwindibus. So, fällig! So, bis dann gleich im Restaurant. So, bis dann gleich im Restaurant. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.